Musik Ja, einen wunderschönen guten Tag heute hier, Pfingsten 2017. Wir sind für die Feuerwehr zuständig und wir machen eine riesen Party. Hier hinter uns seht ihr die absolute größte Anlage, die wir jemals aufgebaut haben. Im Technikteil werdet ihr auf alle Fälle noch die Informationen bekommen. Aber wir freuen uns riesig. Wir haben hier ein 600-Mann-Zelt und ich hoffe, dass es brechenvoll ist. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit unserem Video habt. Dankeschön. Musik Musik Unser Technikteil, wir haben diesmal außergewöhnlich aufgebaut. Wir haben die neuesten Effekte von Showtec. Wir haben natürlich wieder die Phantom 50, unsere Lieblingsgeräte. Wir haben neue PXO-Beans von Showtec. Und wir haben auch neu die Beans, ganz hinten rechtsaußen und linksaußen, doppelt drehend, also 360 Grad drehend. Wir werden eine Wahnsinns-Show machen. Heute Nacht wird hier die Party richtig brennen und nachher seht ihr unsere Videos. Musik 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 Die Männer waren stark, oder? Die Männer waren stark, oder? Und jetzt wird das nicht so richtig aufgriffen. Die Männer waren stark, oder? Alle Hände nach oben, Platte und Singles! 4. D run! D run! 2 4 4 Hoi, Gia Party! Und jetzt, Achtung! Alle haken sich ein, alle lieben sich, Kameradschaft wird bei der Feuerwehr großgeschrieben. Und nun die Information, wir haben Rekord, 650 Gäste! Und es ist noch nicht mal zwölf! Holen alle ran, alle! Schau auf der A7! Schau auf der A7! Schau auf der A7! Schau auf der A7! Das ist ein Hüftsohn. Das ist ein Hüftsohn, das ist ein Hüftsohn, das ist ein Hüftsohn. Das ist ein Hüftsohn, das ist ein Hüftsohn, das ist ein Hüftsohn. 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 Musik Das letzte Kabel, wir haben es geschafft, eine riesen Party, 800 Gäste waren hier, unglaublich müde und recht herzlich, bis zum nächsten Mal, euer DJ Ranking. Musik